hallo ich zeige euch heute den 10 mark von 1901 von baden in gold auf der vorderseite ist friedrich der erste großherzog von baden die rückseite mit den großen adler sehr tolle haltung es ist bei ngc die höchst gegradete münze von dem jahr ist dementsprechend top pop ms 65 ja und die wollte ich euch heute zeigen es war eine goldmünze beziehungsweise ist noch eine goldmünze und bis zum nächsten mal